Hallo erstmal, ich freue mich, dass ihr Zeit habt, mit mir zu sprechen. No King No Crown ist der Titel eurer Band, eures Projekts. Was gibt es dazu zu sagen? Gibt es einen größeren Sinn dahinter? Ja, auch erstmal Hallo von unserer Seite. Hallo schön. In größeren Sinn, also das Ganze fing damals an, als ich vor zehn Jahren in Neuseeland war und angefangen habe, mit Akustik-Songs zu schreiben. Ich habe damals gleich nach einem Bandnamen gesucht, weil ich mich nie irgendwie festlegen wollte, ist es nur ein Solo-Projekt oder wird irgendwann mal eine Band draus werden. Von daher wollte ich irgendwie direkt einen Bandnamen haben. Und in dem Jahr, als ich in Neuseeland gereist bin und die Songs geschrieben habe, die ersten, da hat meine Lieblingsband City in Color ein Album rausgebracht, in der eine Textzeile in einem Song war, die hieß I am no King, I wear no crown. Und mit dieser Zeile, ich bin kein König, ich trage keine Krone, das war so die Message, die ich mit dem Projekt eigentlich ausdrücken wollte. Damals war es nur die Akustik-Gitarre und meine Stimme quasi, also sehr, sehr reduziert, wenig Show, einfach nur ehrliche, einfache Songs eigentlich. Und die Textzeile war einfach genau das, was ich mit dem Projekt irgendwie sagen wollte. Und von daher hatte ich mir dieses no King, no Crown rausgepickt und dann stand der Bandnamen fest. Obwohl es jetzt eine Band ist, ist dein Arm immer noch zutreffend, zum Glück. Es kommt keine andere in Frage im Endeffekt. Ja, er hält bis heute. Genau, Band. Du sagst ja, du hast alleine angefangen. Wie ist denn die heutige Besetzung zustande gekommen? Ihr seid jetzt sechs, glaube ich, ja? Das ist immer ganz unterschiedlich. Die Standardbesetzung sind jetzt mittlerweile vier Leute. Aber wenn sie es anbietet, wir waren ja letztes Jahr im Studio, haben das neue Album produziert und da haben wir uns noch ein paar Gastmusiker eingeladen, unter anderem meinen Bruder, den ich ja ganz gut kenne. Und gesagt, Anton kommt vorbei mit der Trompete. Aber normalerweise sind wir zu viert. Aber die Band ist sozusagen so stetig gewachsen. René war am Anfang alleine. Dann haben wir uns über ein anderes Bandprojekt kennengelernt. Ich bin dazu gekommen. Ja, und bei dem vorangegangenen Album sind dann noch Martin und Hannes dazu gestoßen und haben sich auch in uns verliebt. Genau, ja. Es war quasi so, dass wir das Vorgängeralbum Without Yesterday im Studio eingespielt hatten, wo ich dann schon viele Freunde auch gefragt habe, ob sie helfen können, ob sie irgendwie das Album einfach breiter machen können, als nur ein reines Akustikalbum. Und das wollten wir live dann auf der Release-Tour natürlich genauso umsetzen, wo dann Martin und Hannes ins Spiel kamen, die jetzt auch noch zum erfolgreichen Vierer-Bob gehören, sag ich mal. Und vor zwei Jahren haben wir dann halt angefangen, sind von der letzten Tour quasi zurückgekommen und haben dann direkt angefangen, neue Songs für das neue Album Smoke Signals zu schreiben. Und ja, diese Formation hat sich von da an einfach durchgezogen, genau. Weißt du noch, welcher Song der erste war für das neue Album? Like Ghosts, ich glaube. Like Ghosts war der erste, ja. Ja, Like Ghosts. Und stand von vornherein die Auswahl der Songs fest oder habt ihr so ausgesiebt auch? Manche Bands gehen ja mit doppelt so vielen Titeln ins Studio, wie sie noch hin haben. Wir hatten ein paar Ideen, an denen wir gearbeitet haben, dann aber schon festgestellt haben in der Zeit, okay, das fliegt wieder raus. Oder haben Fragmente zusammengeführt, aus denen dann ein Song schließlich entstanden ist. Der Plan war anfangs eigentlich schon irgendwie zwei, drei Songs mehr zu schreiben, um mir dann wirklich zu sagen, wir ziehen nur die Allerbesten raus. Dann kam aber so ein Zeitdruck natürlich auch hinzu, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt haben wir die Elf, jetzt lass die lieber so proben, dass sie im Studio einfach wirklich, dass das einfach knackig ist und dass wir halt vorher auch genau wissen, wann kommt was. Wir haben auch irgendwie zwei Monate, bevor wir ins Studio sind, auch zehn Tage an Demos gearbeitet, alles nochmal aufgenommen und wir haben uns dann irgendwie gesagt, okay, wir könnten jetzt noch versuchen, viel mehr Songs zu schreiben, ob die denn aber besser wären, als die, die wir jetzt schon haben. Von daher haben wir uns auf die Elf konzentriert und haben die aufs Album gepresst und wir sind super happy damit. Am 1. Februar erschien das Album Smoke Signals. Was wollt ihr denn den Leuten damit sagen? Welche Rauchsignale sendet ihr euren Fans? Ja, also das Album ist kein Konzeptalbum. Also es ist nicht, dass thematisch irgendwie ein roter Faden durch jeden Song bis zum Ende geht, sondern für mich ist es, also ich schreibe die Lyrics allein und für mich ist das so ein bisschen Therapie. Also es fällt mir dann irgendwie auch leichter, wenn es mir mal nicht gut geht, irgendwie über irgendwas zu schreiben. Von daher sage ich immer ganz gern Smoke Signals. Das bedeutet für mich, wenn man irgendwie auf einem hohen Berg steht, über ein weites Land sieht und überall steigen irgendwo auch Rauchfaden auf. Und ja, jedes einzelne Feuer, was irgendwo den Rauch erzeugt, sind halt entweder die Feuer, die ich selber gelegt habe oder irgendwelche Brände, mit denen ich immer noch kämpfe. Gibt es einen Song, mit dem du immer noch kämpfst oder einen, der eine besondere Botschaft für dich hat? Also klar, da gibt es verschiedene Songs. Zum Beispiel der Titelsong auch Smoke Signals, in dem es darum geht, wie rücksichtslos der Mensch sich in der Natur breitmacht zum Beispiel. Da sehe ich halt schon, dass wir da vielleicht sogar was, also Leuten zum Nachdenken halt anregen können. Und natürlich ist das immer noch wichtig und wir wollen halt, dass jeden damit irgendwie auch erreichen, dass jemand auch die Lyrics liest und darauf aufmerksam ist und vielleicht sogar was an seinem Denken verändert. Aber da sind natürlich auch andere Songs wie Ja, meine Eltern haben sich vor zwei Jahren getrennt. Das meine ich dann so mit Therapie, was mir dann einfach so ein bisschen einfach auch hilft, so irgendwelche Sachen aus mir rauszuschreiben, um so Erfahrungen einfach zu verarbeiten. Genau. Euer Produzent ist Philipp Macaulis, bekannt von Woods of Burnham und Polarkreis 18. Sagt ja vielen sicher noch was. Wie seid ihr denn zueinander gekommen? Ja, Philipp wohnt auch in Dresden, wie wir auch alle. Und er hat damals immer ein kleines Festival bei seinem Papa im Garten gemacht. Das hieß Potters Garden Festival. Der Fadi, der ist Töpfer und hat da einen wunderschönen kleinen Garten. Und da hat er mal einmal im Jahr ein Festival gemacht und hat mich damals solo noch eingeladen. Und da haben wir mal drüber gequatscht. Ich habe ihm erzählt, dass ich viele Songs habe, aber dass ich irgendwie niemanden kenne, der wirklich irgendwie die Songs auf eine CD pressen kann oder aufnehmen kann, sagen wir mal. Und da meinte er, lass doch mal zwei, drei Songs machen. Da haben wir angefangen, zwei, drei Songs erstmal nur aufzunehmen, die zu arrangieren. Und das hat so gut geklappt, dass wir gesagt haben, okay, komm, wir machen eine Platte. Dann ist das Vorgängeralbum entstanden. Und da waren wir so zufrieden damit, dass wir jetzt halt gesagt haben, okay, Phil ist der richtige Mann dafür. Und er wollte euch auch wieder produzieren. Ja, also als mal gefragt kam, hat er sofort auch zugesagt gehabt. Und für uns ist er zumindest im Studio auch wie zu einem fünften oder sechsten Musikerkollegen geworden. Weil er hat echt nochmal viel eigenen Drive mit reingebracht. Also war total offen, was wir uns gedacht haben oder was für Zielte wir uns gesetzt haben. Aber wir haben ihm, glaube ich, auch die Möglichkeit gegeben, dass er sich ein bisschen ausprobieren kann, weil wir auch wussten, er macht echt geilen Scheiß. Und das hat echt super gut funktioniert. Und er hat auch nicht versucht, euch in eine andere Richtung zu bringen. Nein, gar nicht. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil er hatte vorher ein Solo-Projekt auch gehabt, das hieß Les Tartes by Mon. Das war sehr folkig, Akustikmusik. Und jetzt hat er ein neues Projekt, das heißt Muck. Das ist so Dream Pop mit viel elektronischen Einflüssen. Und wir sind eigentlich genauso dazwischen. Also wir haben dadurch, dass wir jetzt von diesem Singer-Songwriter-Solo-Projekt zu einer Band gewachsen sind, natürlich auch die ganzen Instrumente, die mit ein kamen, viel, viel mehr Einflüsse auch. Und viel mehr Elektronik halt mit reingebracht. Aber trotzdem irgendwie Wurzeln so in dieser Akustikmusik. Und von daher waren wir so dieser Weg zwischen. Und Phil konnte sich da genau in diesem Range quasi austoben. Das war ziemlich gut. Aber wir sind ja wirklich, ich würde das nächste Album wieder mit ihm machen. Okay, jetzt seid ihr auch gerade auf Tour. Am 15. Februar war das erste Konzert in eurer Heimatstadt. War es so eine Art Record-Release-Party? War es auf jeden Fall. Es war eine Riesenparty gewesen. Ja, es war echt krass. Wir hatten eigentlich versuchen wollen, wir wollten eigentlich mal nicht als erstes in Dresden spielen, sodass man mal so ein bisschen routiniert schon ist und irgendwie das Set schon ein paar Mal durchgespielt haben und erst zum Ende hin der Tour irgendwie nach Dresden zu kommen. Das hat leider nicht geklappt. Wir sind wieder in Dresden gestartet. Ich war ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Aber es hat echt viel Spaß gemacht. Es kamen sehr, sehr viele Leute. Damit hat man nicht gerechnet. Es waren 225 Leute da. Wir haben echt einen richtig schönen Abend und einen wunderbaren Tourstart gehabt. Der Druck war dementsprechend auch am höchsten, weil wir wussten, es wird somit auch das größte Konzert auf der Tour werden. Und klar, wir spielen, wir proben die Songs seit Monaten. Und so seit den letzten zehn Proben war schon das Gefühl da, okay, wir haben jetzt die Songs auch für uns wirklich durchstiegen. Aber dadurch, dass das Setting jetzt für uns auch wirklich neu ist mit der elektronischer Musik, mit Beats und Loops, war so die größte Anspannung schon. Können wir das live eben auch so rüberbringen, wie wir es im Broraum jetzt die ganze Zeit so hatten. Und dann war es im Endeffekt, weil die Anlage in der Scheune in Dresden natürlich auch geil ist, im Endeffekt halt noch geiler gewesen. Es hat wirklich gut funktioniert. Es war wirklich schön. Es ist ja noch schön, wenn man halt Feedback bekommt. Auch so krass, ihr habt das einfach umgesetzt, wie es auf der Platte ist. Also ich denke, der Plan ist aufgehörig. Es hat ganz gut funktioniert. Ja, gut. Bis Mitte März geht die Tour noch weiter, quer durch Deutschland. Plant ihr auch schon darüber hinaus? Festivalauftritte vielleicht im Sommer oder? Genau. Also Festivals sind ein paar jetzt in der Pipeline. Wir spielen beim Rocken am Brocken auf dem Festival, beim Whatever Happens Festival. und mal schauen, was noch an Festivals, ob noch was kommt. Aber darüber hinaus sind wir auf jeden Fall im Oktober wieder auf Tour für, ich glaube, so acht bis zehn Shows. Dann eher in den Süden. Jetzt spielen wir relativ viel nördlich. Und genau, dann wahrscheinlich vielleicht auch ein paar Shows in der Schweiz mal, um da mal wieder Hallo zu sagen. Gut, dann bedanke ich mich und wünsche euch viel Erfolg mit dem Album und der Tour natürlich. Danke schön. Danke dir. Danke schön.